Nach der Arbeit haben die Leute nicht viel Zeit. Sie kaufen schnell im Supermarkt ein und kochen etwas zu Hause. Ich kaufe auch oft im Supermarkt ein. In der Nähe von meiner Wohnung gibt es drei verschiedene Supermärkte. Aber am liebsten gehe ich zu Lidl. Ich mache meinen Wocheneinkauf meistens am Samstag, denn da arbeite ich nicht und habe mehr Zeit. In den Tante-Emma-Laden gehe ich sehr selten einkaufen. Da bekommt man auch Lebensmittel, aber die Sachen sind einfach zu teuer. Frühstück kaufe ich fast immer beim Bäcker und da muss ich nur über die Straße. Die Backwaren sind sehr lecker und die Verkäuferin ist ziemlich nett. Am liebsten esse ich eine Brezel und eine Nussschnecke und trinke Orangensaft dazu. Gemüse kaufe ich immer auf dem Markt. Da ist das Gemüse ganz frisch. Wenn wir grillen, brachen wir Fleisch und Würstchen. Das kann man in der Metzgerei kaufen. Manchmal gehe ich mit meinen Freuden ins Einkaufzentrum. Da kaufen wir aber keine Lebensmittel ein, da kaufen wir Kleidung. Nach der Arbeit haben die Leute nicht viel Zeit. Sie kaufen schnell im Supermarkt ein und kochen etwas zu Hause. Ich kaufe auch oft im Supermarkt ein. In der Nähe von meiner Wohnung gibt es drei verschiedene Supermärkte. Aber am liebsten gehe ich zu Lidl. Ich mache meinen Wocheneinkauf meistens am Samstag, denn da arbeite ich nicht und habe mehr Zeit. In den Tante-Emma-Laden gehe ich sehr selten einkaufen. Da bekommt man auch Lebensmittel, aber die Sachen sind einfach zu teuer. Frühstück kaufe ich fast immer beim Bäcker und da muss ich nur über die Straße. Die Backwaren sind sehr lecker und die Verkäuferin ist ziemlich nett. Am liebsten esse ich eine Brezel und eine Nussschnecke und trinke Orangensaft dazu. Gemüse kaufe ich immer auf dem Markt. Da ist das Gemüse ganz frisch. Wenn wir grillen, brachen wir Fleisch und Würstchen. Das kann man in der Metzgerei kaufen. Manchmal gehe ich mit meinen Freuden ins Einkaufzentrum. Da kaufen wir aber keine Lebensmittel ein, da kaufen wir Kleidung.